Servus, grüß dich, servus, hier ist wieder Andreas, Birka der Bewirker und wir kommen heute zu dem Thema positive Gespräche. Und weshalb, was ist damit gemeint mit positive Gespräche? Ja, ein Punkt natürlich, einmal mit anderen Menschen ein positives Gespräch zu führen, das ist ganz viel wert, weil die meisten ja eh nur über ihre Haufen Probleme, Probleme in der Welt und all das Negative reden. Sie sollten sehr selten was Positives oder das Positive sehen, aber die positiven Gespräche mit dir selbst sind gemeint. Und was machen wir damit? Wir haben ja so eine Stimme in uns und wir führen ja ständig Selbstgespräche mit uns. Das sind unsere Gedanken und unsere Gespräche mit uns und die sind zu einem großen Teil negativ. Vor allem so wie wir mit uns selbst reden, ist das sehr oft total negativ. Teilweise reden wir mit uns selbst wie mit dem schlimmsten Feind und beschimpfen uns selbst, maßregeln uns, abwerten uns und so weiter und so weiter. Und da einmal das überhaupt erkennen, ist ja schon Challenge und wäre die erste Übung. Also erkenne ja überhaupt einmal, wie du mit dir selbst sprichst, was du dir selbst im Kopf immer wieder sagst. Vor allem, wenn etwas nicht so gelingt, wie du dir das vorstellst, es nicht so klappt, wie du es geplant hast und wie du es vorgehabt hast, wie sprichst du dann zu dir selbst in Gedanken und dass du da dann schaust, es zu verändern und in positive Gespräche. Also dass du mit dir selber positive Gespräche führst und das Ganze umkehrst vom Negativen ins Positive oder dass du von vornherein ab und an welche mit dir positiv führst. Dass du einfach sagst, wenn du im Auto sitzt und dahin denkst, das tun wir dir gerne, dass du einfach mit dir positives Gespräch führst und einfach sagst zum Beispiel, das habe ich heute sehr gut gemacht, das ist ja alles schon toll gelungen und ich bin heute gut drauf und ich fühle mich gut oder du sagst eben zu dir selber, hey, du bist gut, du hast das richtig gut gemacht und was du heute schon alles erledigt hast, also sprich mit dir positiv, wertschätz dich selbst, wertschätz deine Dinge, die du allein nur heute schon geschafft hast, erledigt hast, auf die Reihe gekriegt hast und für uns ist das alles selbstverständlich. Wir sind da im Automatismus drinnen und in der Gewohnheit und das dir bewusst machen und so positiv mit dir selbst sprechen. Weil viele warten auch darauf, dass sie es von außen bekommen, dass von außen vielleicht die Anerkennung kommt, dass von außen das Lob kommt, dass irgendjemand zu dir sagt, hey, toll hast du das gemacht und super und so weiter. Ja, da kann aber sein, dass du sehr, sehr wirklich komplett drinnen sind, das gar nicht mitkriegen von dir, es auch gar nicht böse meinen, aber es ist ihnen nicht bewusst, weil sie eben die meiste Zeit unbewusst sind. Und machst dir selber bewusst, machst dir bewusst über viele Kleinigkeiten, die du eben jeden Tag schaffst, zusammenbringst und spricht mit dir untertags positiv. Und das zweite oder dritte wäre dann noch, dass du vielleicht sowieso sagst, ich bin. Dann kannst du drauf noch sagen, ich bin gut, ich bin erfolgreich, ich bin ein toller Mensch, heute bin ich glücklich oder was immer du sein möchtest, das bist du auch, du hast alle Teile in dir. Du bist ein wunderbarer Mensch, also kannst du dir sagen, ich bin wunderbar und stärk dich selbst, stärk dich selbst durch deine Gedanken und es gibt dir diese Sprüche, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu dem und zu dem und zu dem und zu dem und irgendwann wird alles zu deiner Gewohnheit und zu deinem Leben und das sind dann die Ergebnisse in deinem Leben. Und wenn du beginnst, Gedanken zu verändern, dann wird sie etwas in deinem Leben positiv verändern, wenn du positive Gespräche mit dir führst. Also, ich wünsche dir alles, alles Liebe, schau gut auf dich, wenn dir das gefallen hat, lass ein Like da oder schreib mir unten hin, wie es dir dabei geht, mit positiven Gedanken, ob du die hast oder ob sie bewusst einsetzt und lass ein Abo da, dann freuen wir uns besonders. Alles Liebe!